Ladies and Gentlemen, Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP ROT Version 2. Ja, leider mal alleine auf dem Server. Wir haben heute den 22.04. also bekommt die Verfolge heute noch hoch. Und ja, haha, ich habe vollkommen vergessen, dass ich keine Verfolgen parat habe. Ja, ich konnte schon mal ein kleines Update geben, damit ihr mal seht, was wir hier gerade am durchziehen sind. Hier ist noch alles normal. Die Babels hatten wir ja letztens mal runter geholt und wir sind ein bisschen am Umbauen. Also hier ist noch ein kleiner Vorgeschmack. Oh stimmt ja, wir wollen ja noch Cobblestone machen. Oh, läuft. Ja, ich weiß jetzt aber auch echt gar nicht, was ich machen soll. Ähm, so ein Mechanism. Wollten wir ja nur bis auf... Alter, wir haben einsteckt. Ich glaube, ich weiß, was wir da mal machen. Wie sieht das hier aus? Alter Finde! Okay, dann, wie sieht das von der Festplatte aus? Ja, mhm. Würde ich sagen, machen wir noch eine Festplatte. Machen wir noch eine 16k. Wo ist da? Okay. Oh, da sollen wir wirklich schon eine 64k machen. Also wer sich das heute anschauen will, viel Spaß. Wir machen eine 64k. Wir brauchen einen Platz. Aber vorher machen wir, glaube ich, erstmal so einen MME Crafting Monitor. Oder Crafting Storage. Oder? Crafting Terminal. Wir brauchen noch ein MESS Terminal. Das ist eine Conversion Matrix. Und das ist ein Basic Prozessor. Okay. Okay, auch nach oben. Ja, aber man merkt, ich bin ein bisschen sehr unvorbereitet heute. Tut mir auch wirklich leid. So, wo haben wir... Da ist Quartz Cutting Knife. Ah ja, Silikon brauchen wir. Haben wir das hier irgendwo? Da ist Silikon. Nehmen wir das nochmal mit raus. Hier, die Tour ist leer. Okay, das waren jetzt... Zwei Redstone. Und... Ein Gold. Oh, der wäre ja auch noch gewesen. Naja. So, so... So und so. Ein... Ding ist da. Ist der... Na. Ist der gerade gebraucht? So. Ein MME Basic Prozessor. Haben wir. Löschern wir das mal. Den brauchen wir jetzt für die Conversion Map. Oh, wir machen noch mal das Torch Cell. Also brauchen wir zwei davon. Gut zu wissen. Na, 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 na. Ja, was gibt's denn eigentlich so Neues? War jetzt Ostern? Wie waren bei euch die Ostertage? Ich hoffe schön. Bei mir war's so, ich hab jetzt endlich mal meine Video bekommen. Ja, ich war jetzt großgeschickt zu Ostern. Bloß... Für die, die es wissen, dürften wahrscheinlich nicht so viele sein. Ich hatte vor kurzem noch Geburtstag. Und... Es war halt so, dass meine Eltern nicht noch viele Rechnungen hatten. Wenn ich deswegen nichts bekommen hatte. Und deswegen hab ich gesagt, ja komm, ist kein Problem. Schieben wir dann auf. Ich bin ja schon so erwachsen. Nicht pass. So, eine Storch Cell. Jetzt brauchen wir aber die Conversion Matrix. Das ist ein Nether, ein Zertus, Fluxus und 4 Eisen. Haben wir das noch mal vorbereitet? Na, also ein Nether, ein Zertus und haben wir Flux? Nö. Okay. Also, eins ist davon. Und wo ist... Haben wir noch zuerst kurz was? Hier. Das war ein Quasher, oder? Ich vergesse das immer wieder. Das habe ich mir schon fast gerade gedacht. Okay, nächster Versuch. Crusher. Ja. Eine Netherquats. So. Achja, ich war ja fast der Rand. So, Flurikstust. Das vermeine ich so, da so und so. Ein Prozessor und die Conversion Matrix. M-E-Kabel. Haben wir noch was hiervon drin? Nein. Hier ist jetzt erstmal auch keins drin. Haben wir davon noch oben? Müsste eigentlich. Oh man, wir müssen dringend aufräumen. Ah, jetzt lass mich bitte nicht warm werden. Wir haben doch bestimmt irgendwo noch M-E-Kabel. Nee. Ich darf noch ein M-E-Kabel machen, Juhu. Ja, entschuldige auch bitte, wenn ich so ein bisschen komisch linge heute. Ich bin auch ein bisschen müde. Bin später aufgestanden. Kann man sich ja leisten als Abiturierend in Ferien. Okay. Das breite ich mal vor. Das. Ich krieg das heute echt noch hin. Also bald haben wir keinen Neserkwarz mehr, sondern nur noch weiß. äh, Silikon. Neserkwarz-Tast und und. So. Ich lasse jetzt sechsmal aus. Wie waren eure Ostertage? Ich hoffe schön. Hoffentlich schön erholsam. Nehmen wir gleich nochmal los auf Vorrat. So. Wir brauchen jetzt das da. Dann die Conversion-Matrix. Haben wir noch. Ich geh nochmal schnell eine neue Workbank holen. Oder warte, ist da unten noch Holz drin? Na. So. Verdammt. Okay. Ah. Perfekt. So. Dann hier den Crafting-Table hin und what rather. Aber es sei ja. Müsste so gehen. Sag mal, was mach ich hier eigentlich gerade? Was kann ich eigentlich? So. Access-Terminal. Und da kommt jetzt der Search-Terminal. So. So. Das ME-Crafting-Terminal. Ich stelle die jetzt mal hier hin. Räume ich hier mal gerade aus. Ah. Ich hasse die Teile. So. Mach ich hier mal gerade das Platz. Tut mir leid, dass es heute wirklich so was langsam vorangeht. Wie gesagt, ich bin unvorbereitet reingegangen. Der ist jetzt unangeschlossen. Ja. So. Da, 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 da. Da, da, da. Das, das. Und das. Und das. Und das. So. Das Crafting-Terminal. Wie dann habe ich schon gesagt, man kann da dann craften. Ja. Klingt billig, aber ist leider so. Klingt billig, aber ist leider so. Wir wollen jetzt aber jetzt mal zu der 64K kommen. So. Wir brauchen einen Stoitch-Cluster, der aus drei Stoitch-Blöcken besteht, die jeweils aus drei Stoitch-Segmenten bestehen, die jeweils aus drei Stoitch-Zellen bestehen. Okay. Ich rechne das Ganze mal gerade nach. Okay. Drei. Sechs, neun. Achtzehn, siebenzwanzig. Also bräuchte. Ja, urutsch gesehen. Siebenzwanzig, wenn ich mir das nicht verzählt habe. So. Ich sehe, die Kunde ist ja aber eigentlich auch da drin gelandet. Oh, da ist er da auch noch. Ne, da ist es noch hier. Da könnte ich schlecht noch mal nachmachen. Ich tue das schon mal da rein. Und da Quartz Cutting Knife. So, das ist schon mal 17. Ah, machen wir erstmal da hinten. Da haben wir ja noch einen Redstone-Furnace. Ja, hier ist ganz große Baustelle momentan. Lava müssen wir dringend auch mal wieder auffüllen. Was ich mir jetzt einmal angeguckt hatte, war dieses Modpack, was Cutting momentan am Let's Playen ist. Und zwar Agrarian Skies. Ich muss sagen, das ist so ein richtig schreites Modpack. Finde ich klasse. Also, dass man da wirklich von Null anfängt. Dass man da wirklich von Null anfängt und dann weiter... Oh. So, darf ich jetzt mal reden? Oder verkack ich jetzt wieder? Dass man da wirklich von Null anfängt, um die ganzen... Ähm, seine Insel da auszubauen. Ist halt wie Skyblocks. Bloß dann auch mit den ganzen Maschinen und alles. Das gefällt mir richtig. Dass man da die ganzen Smeltery über Blöcke macht. Über... Ähm, wie heißt das hier? Cobblestone machen muss. Was habe ich verkackt? Quarz. Ah. Blub. 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 Also, JustFriendness gefällt mir richtig schön. Zwar ist es halt schwierig, schon mal ein bisschen am Anfang auf die ganzen Rezepte klar zu kommen. Aber... Ist eine lustige Sache. So, haben die Prozessoren fertig gepacken? Jawoll. Ich schmeiß mal die schon mal direkt nach. So, jetzt habe ich aber auch mal eine Frage an euch, die mir genauer zuschauen. Die sich das die ganze Zeit antun. Und zwar... Ich bin momentan am überlegen, was ich demnächst mal jetzt playen soll. Weil... Aber hier alleine... Ja, ist eine schöne Sache. Bloß, ich will noch ein bisschen expandieren. Also, worauf hättet ihr da mal Lust? Also, mit so Geschichten wie Call of Duty könnten wir ja direkt mal fernbleiben. Darauf habe ich echt gar keinen Bock. Also, sorry, aber ich bin jetzt so der Call of Duty Player. Da könnt ihr jeden fragen, den ihr kennt, den ich kenne. Mäh. Also... Ego-Shooter? Nein, danke. Mäh, was mache ich denn jetzt hier? Und jetzt, ich habe einen Redstone. Und jetzt, ich habe einen Redstone. Und jetzt, ich habe einen Redstone.